Um Text in DaVinci Resolve zu animieren, musst du nichts anderes tun, als dir eine Text-Plus-Note aus der Effect-Library rauszusuchen, deinen Text da reinzuschreiben und dann in die Video-Transitions zu gehen und dann eine der Transitions auf die Enden des Clips zu legen. Und die, die ich dir dafür empfehlen würde, sind die Push-Transition zum Beispiel, wo du einstellen kannst, dass sie von links oder von rechts reinkommen sollen, oder meine Free-Glitch-Transition, die du natürlich nehmen kannst, um noch einen Glitch-Effekt zu erzeugen und das kannst du natürlich auch mit normalen Clips machen. Und wenn du noch mehr wissen willst zu Text animieren in DaVinci Resolve, dann komm doch in meine Live-Class oder guck dir dieses Video hier drüben an, wo ich dir einen Kompletteinstieg für Anfänger gebe. Bis zum nächsten Mal, Kameramagier, ciao!